Wir müssen ja nun mal die Frage klären, warum gibt es also in unserem Land so wenige Kinder? Wir brauchen also sowas hier. Das ist das Kind, das brauchen wir, damit es weitergeht mit Bausparen, mit Leasing, mit Rente und dem ganzen Quatsch. Und da schauen wir uns doch jetzt mal die Ausgangssituation A an. Wir haben also einen Mann im gebärfähigen Alter, irgendwie Diplom-Ingenieur, so ein stinknormaler Typ, hat einen ganz normalen Namen. Name, äh, Olaf, also bekloppter Name, sag ich mal, Jochen, genau. So, er ist gut ausgebildet, hier haben wir sein Gegenstück, das ist die Sabine, auch gut ausgebildet, macht was online, irgendwie mit Medien steht gut im Schuh. Und die beiden haben sich nun kennengelernt, was weiß ich, irgendwie am um ihm, erste SMS, erster Kuss, das ganze Elend, irgendwie, so. So, sie sind da zusammen und dann irgendwann, nach einer gewissen Weile, dann fahren sie zu den Schwiegereltern von ihm oder von ihr, zu den Schwiegereltern von beiden, ne. Dann sitzen sie im Garten und dann sagen die Schwiegereltern, hmm, ihr versteht euch aber gut, wäre es nicht schön, wenn ihr nächstes Jahr zu dritt kämmt, vielleicht mit einem kleinen Enkel, ah, wäre das nicht schön? Ja, das wäre schön. Der Mann sagt, ja, ich verstehe es, ich spüre es auch in mir, ich will ein Kind von dir. Die Frau sagt auch, ja, ich will ein Kind. Und jetzt kommt der alles entscheidende Faktor, jetzt kommt Faktor B, der heißt. Aber, die Frau sagt, ja, ich möchte ein Kind, aber wir brauchen doch erstmal eine Basis, eine finanzielle, eine Solidität, wir brauchen beruflichen Fortschritt. Wir müssen es doch erstmal konsolidieren und das Ergebnis ist deshalb, ne, kein Luca Maximilian. So, ne, ja. Aber es ist natürlich so, dass es irgendwie weitergeht. Es muss ja weitergehen, die Zeit läuft, ne, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, die Zeit vergeht und nach ein paar Jahren, da sitzen sie wieder im Garten, beiden Schwiegereltern, wieder bei den Schwiegereltern, bei den Schwiegereltern und bei den Schwiegereltern sagen, Mensch, nun habt ihr euch kennt, ihr versteht euch richtig gut, nun wäre es doch aber gar nicht schlecht, hm, vielleicht ein kleines Enkel, hehehe, knack, 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 wie bist du schon? Und dieses Mal fragt die Frau, ja, ich spüre es, andere haben auch schon, ich möchte ein Kind von dir, da sagt der Mann, ja, ich möchte auch ein Kind, aber, äh, du kümmerst dich, ich muss ja arbeiten, bei mir läuft es gerade gut und da gibt es ein Doppel-Aber, denn auch die Frau sagt, aber, wenn du dich verwirklichst, ne, so geht es nicht, du Chauvinistenschwein. Und das Ergebnis ist natürlich kein Luca Maximilian, ja, wir kennen das Spiel, die Zeit vergeht, die Zeit vergeht, die Zeit vergeht, tick, tack, tick, tack, tick, tack, und da sind ein paar Jahre vergangen, dann sitzen sie wieder bei den Großeltern, die Großeltern sind schon ganz schön alt geworden, die sitzen, wir hätten aber nur ein ganzes Enkelkind, wäre das nicht schön, wenn der nächste Jahr zu dritt kommt, ja, und der Mann, er spürt in sich, er möchte ein Kind, er sagt zu seiner Frau, willst du nur ein Kind von mir? Nee, die Frau sagt, ja, aber, doch nicht jetzt schon, mit 47, ich meine, äh, es läuft doch gerade, wir müssen da erst mal weitermachen, äh, ich meine, klar, Haus da, Geld da, Konto voll, alles prima, aber jetzt müssen wir erst mal Yoga-Kurs, jetzt müssen wir erst mal reisen, jetzt müssen wir das alles erst mal, und das Ergebnis ist natürlich deshalb erneut, kein Luca Maximilian, die Zeit, immer schneller, die Zeit, eine tickende Zeitbombe, denn plötzlich mit 57 wollen beide spontan ein Kind, aber, ne, aber, 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 die biologische O ist abgelaufen, ne, da ist ja quasi, Zapfenstreich in Bullerbü, da ist wirklich nur noch, äh, laue Luft im Feuchtbiotop, also, es ist, ja, es ist schwer, ja, man muss es so bitte fesseln, Luca Maximilian war nie geboren, aber, es kann ja auch mal anders sein, es müssen ja nicht immer, sag ich mal, Jochen und Sabine sein, gut ausgebildet mit Diplom, sondern, äh, manchmal sitzen ja auch die beiden zu Hause rum, ne, hier, sag ich mal, Ronny und die Jacqueline, ne, so, Ich bin jetzt nicht so ausgebildet, die, jeder kennt sie trotzdem, ne, ich meine, ja, haben keine, sie nicht, machen trotzdem was mit Medien, sie vom Fernseher, er vom Computer, ne, dann irgendwie, so, Geschlechtsverkehr aus Langeweile, plötzlich schwanger, und, na, da, natürlich die Frage, oh, wir haben keinen Job, wir haben kein Geld, wir haben keinen Ausbild, da können wir noch keine Kinder in die Welt setzen, da sagt der Mann, stimmt, aber, ich meine, warum eigentlich nicht, ne, und deshalb wird also kein Luca Maximilian geboren, sondern ein, ein Justin González, ne, ja, so, da ist er, da, der Justin, richtig gut, wunderbar, ne, Kindergeld, alles läuft, Und da geht's dann auch ganz schnell weiter, ne, so werden aufgrund, äh, für guten Situationen dann ganz viele Justin González geboren, und die gehen dann in dubiose Castingshows und singen okkulte Lieder, ja, so ist das. Kupan 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 Untertitelung des ZDF, 2020